Da sage ich nichts. Wenn wir mehr Kindergärtner hätten und die den Arsch in der Hose hätten und sagen würden, hey, diese politischen Agitationen, die haben in einem Kindergarten nichts zu suchen, in einer Kinderkrippe und in einer Kindergartenausbildung nichts zu suchen, dann hätten wir auch vernünftige Kinder, die dann auch mal sagen würden, hey, das finde ich schön, dass ich eine Kindergärte nehmen durfte, wo ich noch nicht so geframed worden bin. Aber das gibt es nicht. Wir sind nicht in einer idealen Welt. Und jeder, der da nicht mitmacht und das nicht aufsteht, der macht im Prinzip mit. Der macht sich mit Schuld. Die sind eine Generation, die finden das schon gut. Also im Prinzip erziehst du eine Generation von Menschen, die nichts mehr hinterfragen. Moment, 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 Moment. Moment, dieser Mann hat doch, gerade der junge Mann hat doch erzählt, er hat eine glückliche Kindheit erlebt, im tollen Kindergarten. Aber wir reden doch nicht von dir, wir reden von den Kindern, die jetzt in dem Kindergarten leben. Das hängt an den Eltern. Ja, was sollen die denn machen? Meine Kinder sind 15 und 18. So, und jetzt nochmal. Diese Eltern, von denen du redest, die haben vielleicht einen Job, den müsst ihr machen. Die bringen ihr Kind früh in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe und dann werden sie um 17 Uhr oder was oder 16.30 Uhr abgeholt von den Eltern. Und in dieser Zeit bist du nicht als Elternteil im Einflussbereich deines Kindes. Das merkt man aber. Man merkt es, wie dann zu Hause sich verhalten. Und was willst du denn dazu gegen tun? Du wirst nicht auch in einen anderen Kindergarten schicken. Wir haben hier einen Mangel an. Alle, die Erzieher, die haben jetzt in ihrer Schulung und in ihrer Ausbildung. Die werden auch schon richtig verhalten. Extrem. Es sind nicht alle Einrichtungen, nicht alle Kindergärten. Glaubst du, man hätte vielleicht keinen Mangel an Kindergärten oder so, wenn man gescheite Jobs anziehen würde, in welche Richtung? Aber warum ist das schlimm? Sollen die anderen Kinder dann still in der Ecke weinen oder was sollen die machen, wenn es ein Mädchen ist und möchte Jungschlamotten tragen oder umgekehrt? Da hat keiner was gesagt. Nein, aber sie sagen, sie sollen nicht solidarisch sein. Es wird nur jetzt unheimlich gefördert, das Ganze. Es wird nicht gefördert. Früher war das Tabu und jetzt ist nicht mehr Tabu. Das ist die Sache. Das hat nicht mit Förderung gekriegt. Ihr habt das hoffentlich mitgekriegt, was da jetzt abläuft für die Kampagne. Genderblocker. Das heißt, dein, dein... Ich unterstütze, dass jeder sein kann, wie er möchte. Und was mich aber auch interessiert, was haben all diese anderen Sprüche damit zu tun? Alles ein Thema. Das ist das Problem. Du kannst nicht Corona erklären. Was hat das mit Nord Stream zu tun? Erklären Sie mir Nord Stream 2. Wir stehen für alles da. Wir stehen für alles da. Für alles. Damit wir Geld zahlen an Russland, das Krieg finanziert. Wir bezahlen nach Russland. Wir bezahlen 30 bis 30. Immer noch, aber es wird reduziert. Das umnehmen Sie nicht. Wir sanktionieren uns selber. Es wird reduziert. Wir sind im Wandel, wie Sie gesagt haben. Es wird reduziert. Meine Verwandtschaft in Kiew ist unter Bomben und Sie wollen Nord Stream 2. Also, ich glaube doch gar nicht. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus Donetsk. Mein Cousin ist in Kiew. Mein Teil der Familie ist in Kiew. Aber Kiew ist da nicht unter Bomben. Entschuldigung. Also, Entschuldigung. Haben Sie Nachrichten geschaut? Also, ich habe... Nachrichten Sie geschaut. Ja, Nachrichten. Ja, Nachrichten. Das sind keine Bomben, das sind Raketen. Raketen. Aber Bomben und Raketen sind keine Unterschiede. Ich bin kein Klicksexperte. Ich habe diese Lieder im Kindergarten nicht gesungen. Deswegen bin ich kein Klicksexperte. Ich bin auch im Klicksexperte groß geworden. Also, wir brauchen Sie nichts erzählen, was da so abkommt. Entschuldigung, aber... Ja. Wir brauchen Sie das nicht erzählen. Ich hoffe, dass so wenig wie möglich Leute diese Einstellung sind, weil das wäre echt fatal für Deutschland. Das wäre echt fatal. Es ist fatal für Deutschland. Es ist fatal, solche Sprüche überhaupt. Ich sage Ihnen auch, wissen Sie auch, was fatal ist? Wenn die USA selber zugibt, wir haben eine geile Nummer jetzt hier, ich weiß nicht, ob es der US-Präsident war, der das jetzt kürzlich gesagt hat. Wir haben 55 Milliarden Dollar aufgewendet und jetzt haben wir sozusagen, machen wir sozusagen Europa kaputt und gleichzeitig greifen wir sozusagen damit Russland an. Wer greift denn da wen an? Ich würde sehr gerne dieses Zitat sehen, woher Sie das haben, ob das ein US-Präsident so etwas gesagt hat. Warum denn? US ist natürlich auch nicht ideal. Kein Land ist ideal. Was macht das? Aber zu sagen, dass wir Nord Stream 2. Was ist denn da so an Sie schlimm an, Nord Stream 2? Weil das ein Land ist, was Terrorismus betrifft. Und man kann nicht mit Terroristen Geschäfte machen. Ich sage es nochmal, meine Verbandschaft steht im Charakter. Ja, und wie viele Menschen sind da rausgegangen? Ja, keine bei uns. Ja, einfach. Wir haben alle das alles gehabt. Weil Sie ja alle kein Corona-Verfahren haben. Nicht hier. Nicht hier. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Nicht hier. Wir arbeiten. Ja? 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 Nein? Mit Sicherheit. Ja? Nein? Nein? Ja?